Thermotec ist der Spezialist für Vertrieb und Service von Geräten und Anlagen zur Umweltsimulation. Unsere gemeinsame Geschichte mit SBEC begann vor über 30 Jahren. Mittlerweile ist Thermotec größter selbstständiger SBEC-Partner weltweit. Durch unser flächendeckendes Service-Netz im deutschsprachigen Raum und Osteuropa sowie der weltweiten Präsenz von SBEC reagieren wir schnell und flexibel. Neben Prüfschränken zur Umweltsimulation projektieren wir begehbare Kammern und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Einlagerungen in der pharmazeutischen Industrie, zur Pflanzenanzucht oder mit hohen Leistungen für industrielle Anwendungen. Unsere Projektleiter sind während der gesamten Projektdauer an ihrer Seite. Im eigenen Testcenter in Weilburg stehen Ihnen vielseitige Testmöglichkeiten in unterschiedlichen Anlagen zur Verfügung. Von der Angebotserstellung über Kontrollmessungen bis hin zur Erstellung der Prüfprotokolle bietet Thermotec ein Rundum-Sorglos-Paket. Unsere Techniker geben ihr Bestes für ihre Prüfschränke und Kammern. Für effiziente Planung und reibungslose Abläufe sorgt das Team der Servicekoordination. Ihre festen Ansprechpartner kümmern sich darum, dass unsere Servicetechniker innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen sind. Präzision auf den Punkt kalibriert. Hierfür steht unser gemäß DIN ISO 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor in Weilburg. Modernste Technik garantiert Ihnen bestmögliche Kalibrierergebnisse. Darüber hinaus kalibrieren wir Ihre Geräte und Anlagen auch bei Ihnen vor Ort und das sogar herstellerunabhängig. Qualität und Präzision auf höchstem Niveau. Maßgeschneiderte Performance und ein Partner, der ab dem ersten Kontakt an Ihrer Seite steht und Sie durch die Anforderungsprofile der Umweltsimulation begleitet. Dafür steht Thermotec. .